Servus, ich habe gerade auf YouTube ein Video gesehen, was mich dazu motiviert hat, selbst ein Blues Solo zu spielen. Ich habe nämlich ein Blues Solo gehört, das war echt cool, ja. Es war ein einfaches, es war auch ein leer Video. Aber es war cool und ich bin gerade aufgestanden, bin total fertig. Ich habe noch keine Lust zu arbeiten, es kommt dann später. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen was spielen. Und zwar, ich will kein leer Video machen, sondern das will ich nicht machen. Ich will einfach nur ein bisschen spielen, ja. Und zwar will ich auch zeigen, wie man richtig reinhauen kann. Besonders mit einem Plektrum und einer Akustik-Gitarre kann man richtig schön digital reinhauen und auch coole Effekte damit erzielen. Schont die Gitarre nicht, ja. Manche schonen die Gitarre und machen da solche Sachen wie beim Blues spielen ist es nicht angebracht, ja. Das wissen vielleicht Blues-Gitarristen. Aber diejenigen, die es lernen, wissen es vielleicht nicht mal, ja. Man kann es schon richtig, richtig reinhauen. So. Ja, das ist richtig, das ist nicht ganz richtig reinhauen, weil ich habe hier Nachbarn. Aber ich werde jetzt ein bisschen spielen. Da werde ich ein bisschen mehr reinhauen. Auf jeden Fall werde ich das jetzt machen und dabei irgendwas spielen. Es kann auch sein, dass es falsch ist. Ja, ich stelle es vielleicht ins Internet. Vielleicht wird es nicht sein. Kurz. Oder ne, lass mal wissen. Auf jeden Fall. Ja. Fangen wir mal klassisch an und nicht so reinhauen, ja. Zaun. Ja. Na, hier. Na, hier. La, hier. La. Ja. Ja. Musik 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 Das war's. Wollte ich es sagen? Nein. Viel Spaß.